so willkommen zum mein erster netz zu kennenz let's play das ist kurzes spiel heute lange genauso ehrlich genau so wie gut die kurz aber es hat kurz ein horror gucken was uns zu erwartet ich kenne es noch nicht war ein so einfach mal gucken wenn wir den weg gelang die jahr kein viel zu spüren viel verspricht zu sein schön dunkel oder fern neben davon kann man nicht was geht denn noch ich glaube ich merke nicht wo es war ich habe schon unter Augen schön nein ich habe in deinem Basement ich habe in deinem Basement muss ich einen 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 um so viel das die Schrift so auch komisch ein die nur überwärter Prozent und das Posten und mit übermacht mit gut und jetzt einfach gut damit das war die Schirm überlegt mir dass es uns Ich glaube, ich brauche die Tür zu dieser Bedrohung Oh, Baby Ja Ist hier Bild nichts Oder? Kann man die Bilder eigentlich auch geben? Oh, egal Oh Oh, Schwindetüt Ah, leck, leck Schrei stuhl Oh 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 da ist er und zu tun und 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 ok ist auch schon belächtigt sind hier irgendwo ein Schlüssel, äh die nicht ein Schlüssel sind Mensch ich hasse die Schüler ich hätte sie kein Schüsse Oder geht's hoch? Mal gucken. Nein! Alter. Sonst kann ich dann die Wäre durch, oder? Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Da haben wir mal jetzt schnell wieder. Hier sind noch keine Monster. So. Licht an. Licht an. Hier. Oh. Oh, ey. Immer diese. So sunkel ist. Ja. So. Mag ich auch gar nicht, ey. Da war auch kein Licht drunter. Hier ist doch gar nichts. Hm. Auch komisch. Komisch ist jeder Augen. Obwohl alles eigentlich zu ist. Na ja. Ich weiß ja, dass da jetzt einer ist. So. So. Ich guck die Späler nochmal rein. Schöne oder verschwinden. Och. Dann komm. hier jetzt gar nicht mehr jetzt ist er auch wieder hell hier ist das bedroom da ist das schlüssel ich kann gettet in mein kleiderschrank da knatscht alles hier laut das klatscht hier liegt er wieder aus oder die kerzen das ist doch der kommt jetzt schon es ist richtig ich war keine horror das war jetzt wieder super knapp wieder konnte er nicht aufnehmen was ist denn ja weinkiller ich will auch schlagen können es ja viel besser weg zu laufen ist immer blöd sie wirklich nur die roten augen muss ich das verstehen anmachen gut gestern und dazu was oder was ... ne leuchtet der Strom ... ne ist ja bloß die Kerze ... hmmm ... normalerweise muss das doch angehen oder nicht? ... da ist auch was ... aber ich glaub das ist nicht dazu ... kurz hier zurückgehen ... vielleicht hier rein? ... nö ... hmmm ... mal gucken ... haben wir dabei eine kurze Pause ... so und da sind wir wieder ... ja so ich hab keine Ahnung ... wie ... oder was ... ich machen soll ... wie ich den Strom ankriege ... das wackelt da unten ... da kann ich ja auch nicht anmachen ... hmmm ... ja ... ... ... komisch ... ... ich hab keine Ahnung ... wie es weiter geht ... ... diese Truhe trinn aber natürlich ... nicht auf ... ja ... leck also so leute spiel ist eigentlich recht gut gelungen auch wenn es nur ein level ist es gibt manchmal schockattacken also schockmomente nicht attacken wo man sich denn schon erschreckt ja ich finde es ein richtig gelungenes spiel kostet 100 zum laden link steht in der beschreibung wenn ihr wisst wie man weiterkommt dann schreibt unten in den kommentarbox weil ich habe keine ahnung gerade für die nummer reingucken aber ich glaube nicht ja also leute sagt mir wie man da weiterkommt ich habe kein wirklich keinen schlimmer oder ob man überhaupt weiterkommt oder das ende war so leute dann bis später tschüss